Hast du schon gehört? Farid Bang hat Beef mit Bösemann-Signing Berobas. Was kann ich noch zu dir sagen, damit du aufhörst im Internet zu bellen und dich nur einmal in deinem Leben gerade machst gegen mich? Ganz hart geworden jetzt. Was kann man noch gegen mich sagen? Abschaum der Gesellschaft, ich weiß nicht, keine Ahnung, Alter. Nachdem sich der Beef mit Bösemann etwas gelegt hat, hat Farid Bang mit Berobas den nächsten Kontrahenten gefunden. Ihr Berobas, die Scary Movie Hans! Hat dich gekränkt, ne? Wir sehen uns bald noch, Farid. Dass mir deutsche Rapper nur Ansagen im Internet machen. Und sitzt dabei in einem Skoda. Ich saß noch nie in meinem Leben in einem Skoda. Ansagen hier, Ansagen da. Laut Berobas wurde er aufgefordert, erstmal die Füße stillzuhalten. Man rufst irgendwelche Leute an. Ich soll nichts tun, ich soll dich in Ruhe lassen. Wo das Ganze enden wird, bleibt abzuwarten. Vermutlich wird es ein neues Disstrack-Battle geben. Das Gute ist, wenn man Berobas trifft, er kann keinen Disstrack schreiben. Für mehr Rap-News, mach das bloß weg und folg unserem Kanal. Wir halten dich auf dem Laufenden.